Ich weiß, wo es ein paar richtig lustige Spiegel gibt. Wirklich? Beulige Spiegel in einem Zelt. Und wo gibt's diese beuligen Spiegel? Auf der Kirmes. Die Kinder sind mit ihren Eltern auf der Kirmes. Hörenspaziert in mein verrücktes Spiegelkabinett. Das Zelt ist voller großer Zerspiegel. Oh, wie komisch lehe ich denn darin aus. Du bist wie ein Wackelpudding. Wackel, wackel, wackel. Warum ist das denn so, Papa? Das ist ganz einfach. Die Illusion optischer Differenzen entsteht durch alternierende, konvexe und konkave Oberflächen. Also Zauberei. Ähm, ja, Zauberei. Guck mal, ich. Ich bin ganz gequetscht. Ich hab einen langen Hals, wie eine Giraffe. Dieser Spiegel sieht ganz normal aus. Papa, dein dicker Bauch ist ja verschwunden. Welcher Bauch? Da kommt Frau Löffel mit ihren Zwillingsbabys Lotte und Laurenz. Hallo Schwester, alles in Ordnung bei dir? Aber ja, Schwester. Ich habe nur gerade wenig Zeit. Da ist Kundschaft im Zelt. Sind die Spiegel nicht verrückt, Papa Wutz? Genau. Ich sehe sie gerade doppelt. Was meinen Sie? Ich sehe ihr Spiegelbild. Aber da ist kein Spiegel. Das ist Zauberei. Doma, Papa. Das hier sind doch Frau Mümmel und Frau Löffel. Oh. Ich glaube, wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Na ja, wir sind ja auch Zwillinge. Ich habe sie zu feste abgestellt. Ich habe einfach zu viel Kraft. Wir reparieren sie, Boss. Ich hab Zement. Ich hab eine Niedpistole. Das funktioniert nicht, Leute. Ich glaube, Frau Mümmel hat einen Porzellanladen. Die könnte sie kleben. Gute Idee, Mama Wutz. Wir gehen sofort los. Können wir auch mitkommen? Na klar. Nur zu. Herr Bulle fährt zum Porzellanladen. Das ist Frau Mümmels Porzellanladen. Da wären wir. Hallo. Wie kann ich helfen? Mu. Ah. Ein Bulle im Porzellanladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich habe meine Porzellankanne kaputt gemacht. Oh, weh. Können Sie die reparieren? Muss ich mal gucken. Hm. Die ist sehr zerbrochen. Ich habe sie zertrümmert. Ja. Aber ich kriege das wieder hin. Oh, super. Können wir helfen? Natürlich, Peppa. Oh, ja. Diese zwei Stücke hier passen zusammen. Die Teekanne zu reparieren ist ein bisschen wie ein Puzzlespiel. Gut gemacht, Peppa. Ich klebe die Stücke zusammen. Schorsch hat auch zwei passende Stücke gefunden. Gut gemacht, Schorsch. So, fast fertig. Nur noch der Deckel. Nur dieses eine komische Teil ist übrig. Wo kommt das bloß hin? Aber das ist doch der Henkel von der Teekanne, Frau Mümmel. Oh, tatsächlich. Ich kenne mich mit Teekanne nicht so gut aus. Die ist so gut wie neu. Vorsicht und nicht wieder zertrümmern. Oh, ich bin sehr gut im Sachen zertrümmern. Gut gemacht, Peppa. Himbeer, Blaubeer, Brombeer, Stachelbeer-Smoothies für alle hier. Und was willst du für einen Smoothie, Schorsch? Erdbeer. Schorsch, in einen Smoothie müssen aber doch ganz viele Früchte rein. Wie wär's mit Erdbeeren und Ananas, Schorsch? Nö. Ich glaub, Schorsch mag einen Dinosaurier-Saft. Dinosaurier-Saft? Oh ja. Dinosaurier lieben Dinosaurier-Saft. Saudia. Mal sehen. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein paar von denen und noch von dem. Ein Dinosaurier-Saft. Nur für Dinosaurier und ihre kleinen Freunde. Saudia. Kann ich bitte auch mal Dinosaurier-Saft probieren, Frau Mimmel? Ich auch. Und ich. Und ich. Na gut, Dinosaurier-Saft für alle. Aufweia. Was ist los, Frau Mimmel? Ich hab vergessen, was in den Dinosaurier-Saft reinkommt. Oh. Ich kann Ihnen sagen, was drin war. Wirklich? Wie denn? Na, ich kann es riechen. Freddy Fuchs kann sehr gut riechen. Also eine Banane. Eine Banane. Drei. Nein. Vier Erdbeeren. Fünf Kirschen. Erdbeeren. Kirschen. Ein Piersich. Eine halbe Ananas. Ein Stück Melone. Und noch irgendwas. Was ist das? Eine Möhre? Ja, eine Möhre. Hurra! Dinosaurier-Saft für euch alle. Mh. Grrr. Wie gefällt euch allen denn unser Obsttag? Gut. Wir lieben Obst. Und Möhren. Viel Spaß im Aquarium. Danke. Im ersten Raum gibt es Becken voller kleiner Fische. Fischi. Boah. Das sind ja Millionen Babyfische. Fischi, Fischi, Fische. Keiner schwimmt allein. Wer will denn der Fischiefreund von meiner Goldie sein? Könnte einer von denen Goldies Freund werden? Hm. Nein. Die sind viel zu klein. Wir gucken mal nach den Fischen im nächsten Raum. Okay. Da ist Molli Mietze mit ihrer Familie. Hallo Molli. Hallo Peppa. Miau. Was machst du denn hier, Molli? Wir kommen ganz oft hierher. Das ist besser als Fernsehen gucken. Wir lieben Fisch. Wir suchen hier nach einem Freund für Goldie den Fisch. Oh. Was ist in diesem Becken? Ich glaube, da ist gar nichts. Hahaha. Papa Wutz, da ist ein Fisch genau von deiner Nase. Wo? Oh. Es ist ein ziemlich großer Fisch. Wow. Meinst du, das könnte ein Fischfreund für Goldie sein? Nein. Der ist zu groß. Macht nichts. Kommt, wir gehen zum nächsten Raum. Was ist in dem Becken? Sauria. Grrrr. Schorsch glaubt, das ist ein Dinosaurier. Das ist doch kein Dinosaurier, Schorsch. Das ist eine komische Art Fisch. Der ist Seepferdchen. Du weißt aber viel über Fische. Ja, ich mag Fisch. Kann das Seepferdchen Goldies Freund sein? Ähm, nein. Schorsch liebt seinen Dinosaurier-Ballon. Grrrr. Grrrr. Peppa und Schorsch sind wieder zurück am Haus von Oma und Opa Wutz. Grrrr. Aber jetzt halt ihn gut fest, Schorsch. Lass ihn nicht los. Warum? Oh, Schorsch. Es gibt eben zwei Sorten Ballons. Die Rauf-Ballons und die Runter-Ballons. Das ist ein Rauf-Ballon. Wenn du den loslässt, fliegt er rauf und rauf und rauf. Ganz hoch bis zum Mond. Mond. Was? Oh, Opa! Oh! Gerade noch. Wir gehen besser mal rein. Sonst verlieren wir deinen Ballon noch, Schorsch. Hier im Haus ist ein Ballon in Sicherheit. Hallo, Polly. Schorsch hat einen neuen Ballon. Oh, Ballon! Mach ihn bloß nicht kaputt, Polly. Schorsch liebt seinen Ballon. Oh. Schorsch hat seinen Ballon schon wieder losgelassen. Keine Sorge, Schorsch. Dieses Mal fliegt er nicht weg. Da ist ja die Zimmerdecke. Oh, er ist durch die Tür geflogen. Und jetzt fliegt er die Treppe rauf. Er fliegt auf den Dachboden. Keine Sorge, aus dem Dachboden kann er nicht raus. Da oben ist nur noch das Dachfenster. Und das ist ja immer geschlossen. Oh, weh. Das Dachfenster ist nicht geschlossen. Fang ihn, Opa! Kann ich nicht, Peppa. Er ist schon zu hoch. Schorsch, dein Ballon fliegt jetzt rauf bis zum Mond. Und du siehst ihn nie wieder. Der Tag des Kinderfestes ist gekommen. Alle Eltern sind da. Hallo, Erwachsene! Klausi Kleff ist der Ansager. Spenden Sie Geld für unser schönes neues Dach! Emily Elefant hat einen Stand mit Trödelkram. Kommen Sie, kommen Sie! Alles mögliche an Trödelkram. Ganz schön viel Trödelkram, Emily. Es wird den ganzen Tag dauern, das zu verkaufen. Da kommt Herr Fuchs. Hm, das sieht ja sehr interessant aus. Luftballons! Bunte Ballons! Für Sie ein Luftballon, Madame Gazelle? Ich hätte gern einen roten. Wie viel macht das? Wie viel haben Sie denn? Ach, natürlich. Wir brauchen das viele Geld doch für das Dach. Madame Gazelle, ich bin alles losgeworden. Wunderbar, Emily. Wie viel Geld hast du denn eingenommen? Ähm, Geld? Hast du denn kein Geld bekommen für deinen Trödelkram? Das wusste ich gar nicht. Herr Fuchs war hier und hat alles so mitgenommen. Lassen Sie sich Ihr Gesicht schminken. Luzi Locke hat einen Stand fürs Gesichterschminken. Hallo, Luzi. Kann ich bitte ein Bergleopard sein? Nein, ich kann nur Obst schminken. Okay, dann wäre ich gern... Eine Pflaume. Fertig. Peppa hat ein Tombola-Fass. Aufgepasst, reingefasst und Glück gehabt. Muuu! Hallo, Peppa. Hallo, Herr Bulle. Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ich bin ein Apfel. Oh, möchten Sie auch bei der Tombola mitmachen? Gerne. Was muss ich tun? Ziehen Sie sich einfach einen Preis aus dem Fass. Jeder ist ein Gewinner. Herr Bulle hat ein Püppchen gewonnen. Miau! Darf ich auch mal? Frau Mieze hat einen Bagger gewonnen. Oh! Oh! Was wollen wir jetzt spielen? Schorsch möchte gerne Autorennen spielen. Oh ja, wir bauen Schorsch ein Rennauto. Kannst du wirklich ein Rennauto für Schorsch bauen, Papa? Nein, aber Opa Wutz kann das. Was? Oh, okay. Ich baue ein Rennauto für Schorsch. Das ist der Schuppen von Opa Wutz, in dem er Sachen repariert. Was haben wir denn da? Ah, ein Kinderwagen. Nö, Schorsch ist doch kein Baby mehr, Opa. Wir brauchen doch nur die Räder vom Wagen, Peppa. Oh! Das Teil nehmen wir als Haube. Und das kommt hinten dran. Was ist deine Lieblingszahl, Schorsch? Schorsch, Schorschs Lieblingszahl ist die 2. Oho, dieses Rennauto wird ganz super schnell. Hurra! Mach das Rennauto aber nicht zu schnell, Opa. Schorsch ist doch noch so klein. Keine Sorge, Peppa. Das Rennauto bekommt Pedale und keinen Motor. Ah! Als nächstes brauchen wir ein Lenkrad. Und zum Schluss noch eine Rennfahrerbrille und einen Helm. Jetzt hat Schorsch ein Rennauto. Da kommen Klausi Kleff, Zoe Zebra und Pedro Pony. Hallo zusammen. Schorsch hat jetzt ein Rennauto. Brrrr! Boah! Lass uns rennen fahren! Au ja! Ich auch! Brrrr! Ich will auch mit rennen fahren. Wo ist denn dein Rennauto, Peppa? Ich habe kein Rennauto. Keine Sorge, Peppa. Du wärst dann Chefmechaniker. Was muss ich da tun? Du reparierst Schorschs Auto, wenn es kaputt geht. Oh, super! Brrrr! Ich habe auch Segelboote. Es ist aber gar nicht so einfach, ein Segelboot zu steuern. Und ich habe Tretboote. Die sehen schön gemütlich aus. Ja, sie haben ein großes Schaufelrad und damit geht's dann richtig voran. Wir nehmen ein Tretboot. Wenn ich diese Glocke läute, ist es Zeit, das Boot zurückzubringen. Viel Spaß beim Bootfahren. Es fährt gar nicht. Nein. Wie geht denn der Motor an? Der Motor sind Sie, Papa Wutz. Es ist ja ein Tretboot. Oh, verstehe. Also los dann. Das ist so wie ein Fahrrad auf dem Wasser. Unser Tretboot fährt mit uns auf den See hinaus. Papa ist der Motor. Ich hoffe, er fällt nicht aus. Da kommen Emily Elefant und ihre Familie. Hallo Frau Mümmel. Wir nehmen ein Kanu. Bitte. Aber gerne. Familie Elefant liebt das Kanu fahren. Habt ihr die Paddel? Ja, Papa Elefant. Na dann los. Ahoi auf, Frau Mümmel. Da kommt Klausi Kleff mit seinem Papa Captain Kleff. Ein Boot bitte, Frau Mümmel. Aber sicher. Ich habe Kanus, Segelboote oder Tretboote. Ich habe doch nicht die Welt umsegelt und alle sieben Meere befahren, um in einem Tretboot rumzuplanschen. Wir nehmen das Segelboot. Wissen Sie, wie man das steuert? Ob ich weiß, wie man das steuert? Ich bin Captain Kleff. Los, komm Klausi. Alle an Bord. Volle Segel. Aye, aye, Captain Papa. Hallo. Wir segeln. Und wir paddeln. Wir Tretbooten. Oh, guck mal, eine Insel. Wir könnten dort ein Picknick machen. Hurra. Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Meer ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mimmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra. Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wiedersehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Bogen bauen aus dem Strand. Schwimmen, gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da. Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn es euch interessiert. Nein, danke. Au, ja. Also, da gibt es den Himmel und das Meer. Und ich lerne gerade Bencho. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Au, ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Himmel und Berg, Himmel und Berg. Hier ist der Käse. Oh, ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rund herum herum. Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel. Ganz schön laut. Kein Nebel heute. Nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke. Wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer. Machen wir. Opa Kleffs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal, unsere Sandböck ist noch da. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Seid ihr schon versteckt? Ich komme. Hab euch. Oh. Aber wo ist Schorsch? Opa Kleff kann Schorsch nirgends finden. Ich geb's auf. Wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opa Kleff versteckt. Kluger Schorsch. Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra! Kuckuck, 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 Kuckuck. Mama Wutz kommt, um Pepper und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ähm, ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. Eins, zwei, drei. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen. Oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel. Aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma? Oma Wutz? Ja. Komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Ich habe eine flache Bongo-Trommel. Das ist eine Boran. Die ist irisch. Man schlägt sie mit einem kleinen Stock. Etwa so. Ich habe einen Tambourin. Sehr gut, Pedro. Du kannst es auch schütteln. Etwa so. Oh. Ich habe eine große Trommel. Ah, die Bass-Trommel. Miau. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig. Das Molly nennt man Giro. Und es kommt von ganz weit her aus Südamerika. Und wie kommt es hierher? Ich habe es aus dem Urlaub mitgebracht. Und wie heißen die? Das sind Maracas. Die habe ich auch aus dem Urlaub mitgebracht aus Spanien. Das ist eine Triangel. Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack. Danke, Freddy. Das werde ich mir merken. Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen. Danke. Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten. Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack. Danke, Freddy. Oh, nee. Kinder, so spielt man auf Kastagnetten. Bitte sehr, Emily. Muss ich den Tanz auch können? Oh, oh. Nein. Mach einfach das Kigge-die-Klack-Geräusch. Hi, hi, hi. Ah, Luise hat sich die Becken ausgesucht. Ja. Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt. Jetzt spielen wir sie alle zusammen. Achtung. Fertig, los. Stopp, stopp, stopp. Das ist keine Musik. Das ist nur Krach. Jeder kann bumm, bumm, bumm. Aber zum Musik machen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein. Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi, Pedro ist im Krankenhaus. Oh. Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder, bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation. Petro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen. Und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah. Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie weh getan und ich habe auch einen Verband. Boah. Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh, ja. Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll. Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf meinem Pflaster malen. Gut. Ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Super gut. Danke, Papa. Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah. Was hat dein Papa denn sonst noch in seinen Laster? Er hat darin einfach alles. Oh. Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen, glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja. Woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah. Danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja, aus Plastikgold. Oh. Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah. Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jupp. Wer zuerst an Peppas Haus ist. Achtung, fertig, los. Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh. Ah. Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Aber wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz' Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oh, ja. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden. In einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden. Unter den Blättern von einem Busch. Hurra. Ein Ei für mich. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden. In den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Japp. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden. Mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa. Wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schokoei. Oh, Edmund. Mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma. Wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mimmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Ups. Frau Mimmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zur Arbeit. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind sie da, Frau Mimmel. Frau Mimmel ist krank. Ich werde ihre Arbeit machen. Sie sind nicht, Frau Mimmel? Nein, ich bin ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Äh, ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Ähm... Luzi Locke hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst. Ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen... Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hier bei Luisa Löffel. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mimmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Opa Kleff führt seinen Abschleppwagen vor. Wollt ihr mal das Signal von meinem Abschleppwagen hören? Frau Locke führt das Feuerwehrauto vor. Mäh, das ist das Signal vom Feuerwehrauto. Und Frau Mimmel führt ihren Rettungshubschrauber vor. Und das ist das Signal, das mein Hubschrauber macht. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Wollt ihr mal eine Runde mitfliegen? Ja, bitte. Na schön, putzt rein. Oh weh, kein Platz mehr für mich. Kein Problem, ich gucke von hier unten. Papa Wutz mag lieber nicht so hoch oben sein. Juhu, der Hubschrauber geht in die Luft. Ja, er fliegt gerade nach oben. Oh, und gerade nach unten. Hui. Oh, er kann sogar Looping fliegen. Juhu. Armer Papa, er verpasst ja den ganzen Spaß. Ja, armer Papa. Einmal Eis, bitte. Mh, lecker. Wir könnten wieder landen, oder? Notalarm, Notalarm. Rettungshubschrauber, bitte kommen. Schon unterwegs. Ihr habt Glück. Wir haben einen Noteinsatz. Herr Bulle baggert die Straße auf. Mh, hallo, Frau Mümmel. Mh, ich hab hier ein mächtig großes Eisenrohr wegzuheben. In Ordnung, Herr Bulle. Wie können Sie so ein mächtig großes Rohr heben? Mit meinem starken Magneten. Hurra! Und was machen Sie jetzt mit dem Rohr? Ähm, hab ich noch nicht überlegt. Ich weiß, ich lege es hier ab. Da findet man es dann leicht wieder. Und jetzt kann ich euch nach Hause bringen. Chloé, Chloé. Oh, Chloé. Hey, ihr. Das hier sind meine Freunde. Elmar Eichhorn und Belinda Bär. Ihr könnt mich L nennen. Abkürzung für Elmar. Und ich bin Bell. Abkürzung von Belinda. Ich bin Peppa. Wir nennen dich Pep. Oh, und das ist George. Wir nennen dich Sch. Oh. Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Baby-Cousins hast, Chloé. Ich bin doch kein Baby. Aber ihr seid beide klein. Ich bin ein großes Mädchen. George ist klein. Ähm, wollen wir euch zusammen was spielen? Ja, komm. Wir spielen Verstecken. Wir spielen doch keine Baby-Spiele mehr. Wir sind fast erwachsen. Wie wär's mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest. Und wo ist da bei das Spiel? Du darfst nie sagen, ja oder nein. Baby, einfach. Also sollen wir anfangen? Ja. Haha, du hast Ja gesagt. Das ist nicht fair. Ich war noch nicht so weit. Bell, bist du so weit? Ja. Haha, schon wieder gewonnen. Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel. Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich. Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle. Macht mir nichts aus. Sagst du überhaupt irgendwann nochmal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum. Ich gebe auf. Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht. Ich sage einfach nie Ja oder Nein. Ha, gewonnen. Du hast Ja und Nein gesagt. Das war lustig. Machen wir noch ein Spiel? Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich und die anderen müssen ihn suchen. Hört sich genauso an wie Verstecken-Spiel. Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Hallo, Cousine Chloe. Hallo, zusammen. Hallo, Onkel Wutz. Hallo. Hallo, Tante Wutz. Du kennst unser Baby Alexander noch? Oder, Peppa? Ja. Bleibt ihr für ein paar Tage hier? Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Baby-Zeugs. Oh. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht. Woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh. Hier, lecker. Bäh. Er dreht immer seinen Kopf weg. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal. Hier kommt ein Flugzeug an. Hui. Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Brrr. Schön den Mund auf und rein in die Garage. Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein. Nein. Also das nenn ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. Indem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch, sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Bären dran. Schlauer Opa. Aber die besten Bären wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Ähm, lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Äh, ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Äh, nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornenbusch, genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornenbusch ein. Und dort blieb sie hundert Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest. Und da bleibt sie jetzt für hundert Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen, der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In hundert Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Mama, Papa, es ist Weihnachten. Äh, was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa. Keine Panik. Alle Mann an Deck. Es ist Weihnachten. Es ist doch erst drei Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann. Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja. Ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich habe mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker. Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Wanderine. Mh, der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und Schorsch haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht. Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie. Dieses hier ist für Schorsch. Es ist eine Autorennbahn. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da. Und das gehört hier hin. Auf geht's. Achtung. Fertig. Los. Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Giste. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja. Okay, dann mache ich es. Gleich morgen. Hurra. Aber ich muss das Matschepfützen-Spring erst mal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützen-Springens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützen-Springanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa, diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe. Ähm, ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ähm, ich habe sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützen-Springen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützen-Springen zu sehen. Was ist jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Lasst mal sehen, habt ihr auch alle eure Turnsachen an. Pedro hat ein Superheldenkostüm an. Pedro, wo ist dein Turnzeug? Das ist zu Hause. Ich dachte doch, wir verkleiden uns heute. Mir nach, Kinder. Hier in der Turnhalle machen auch die Mamas und Papas Sport. Und haben viel Spaß dabei. Und, habt ihr alle Spaß? Ja, Madame Gazelle! Euer Turnlehrer für heute ist Opi Mümmel. Wo ist er? Hallo, Kinder! Seid ihr bereit für das Training? Ja, Opi Mümmel! Müssen wir das etwa auch machen? Nein, das ist nur was für große Sportler wie mich. Nichts für kleine Abenteurer wie euch. Wir sind keine Abenteurer. Ich mache Abenteurer aus euch. Aber du, du siehst ja aus wie ein Superheld. Ähm, ich tue nur so, als ob. Nur so tun, das ist gut. Also, zuerst aufwärmen. Alle Mann auf der Stelle rennen! Und mit den Armen fädeln! Jetzt strecken! Strecken! Und wackeln wie ein Pudding! Brr, 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 brr! Und stopp! So, jetzt sind wir alle warm. Jetzt können wir anfangen! Anfang? Womit? Mit dem Abenteuer. Stellt euch vor, dieser Raum wäre ein gefährlicher Dschungel. Hier sieht's nicht aus wie im Dschungel. Wo sind die Bäume? Die müsst ihr euch vorstellen. Die Bäume, den Regen, den reißenden Fluss direkt vor euren Füßen. Euer erstes Abenteuer ist, auf diesem Balken den reißenden Fluss zu überqueren. Das ist einfach. Es ist dunkle Nacht und es ist sehr windig. Was? So war es jedenfalls bei mir. Ho, ho, ho. Hallo, alle zusammen. Hallo, Weihnachtsmann. Wart ihr denn alle brav? Ja. Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja. Und du? Natürlich. Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich möchte einen Fußball, bitte. Ein Zylophon. Ein Hündchenspiel. Einen Zauberkasten, bitte. Rennauto. Ein Hüpfball. Boing, boing. Einen Zug, bitte. Spielzeugzug. Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug. Den ich richtig fahren kann. Mit richtigen Passagieren. Ho, ho. Mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung. Wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah, ja. Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte. Ähm, für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh, ja. Wie alt bist du? Ho, ho. Ich bin viele hundert Jahre alt. Ich wusste es doch. Hi, hi, hi. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergesst nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen. Und einen Saft. Wissen wir schon. Und Möhren für die Rentiere. Ho, ho, ho. Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück. Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch. Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind. Keine Sorge, Peppa. Der Weihnachtsmann weiß immer alles. Ahoi, Opa Wutz. Herrlicher Tag zum Schippern. Ähm, ja, Ahoi auch. Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Äh, könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich. Wo ist denn dein Boot? Ähm, ich stehe gerade drauf. Ho, ho, ho. Ist es gesunken? Äh, tja, wie man es nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Cleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Käpt'n. Ei, ei, Skipper. Opa Cleffs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah. Nächster Halt, Bootswerft. Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Lottratten. Ahoi auch, Opi Mümmel. Ahoi auch, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Ähm, jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da. Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ähm, ja, kriegst du es wieder flott? Natürlich. Ich muss den Schaden gerade mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre. Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich. Nimm sie dir. Danke, Mama. Luzi Locke kommt mit den Keksen zurück. Hurra! Pssst. Hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, also nur ein Erwachsener. Achtung. Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe. Oh, Luzi. Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen. Und Luzi hatte eine Geheimmission. Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte. Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein. Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Sie müssen erst das Geheimwort sagen. Und welches? Und welches? Piksennadel-Nudel. Piksennadel-Nudel? Sie sind drin. Alles klar. Und was kommt jetzt? Pass auf. Da kommt Papa Wutz. Sie reden mit meinem Papa. Aber verrat ihn ja nix von unserem Geheimclub. Hallo. Hallo. Oh, Frau Locke. Da sind sie ja. Wie steht's? Äh, 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 Geheimclub. Oh nein. Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub. Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa. Du bist doch schon erwachsen. Äh, meine Mama ist auch erwachsen. Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort. Welches? Papa Didel-Dudel-Damm. Papa Didel-Dudel-Damm? Du bist drin. Und was mache ich jetzt? Achtung. Da kommt Mama Wutz. Du verfolgst Mama. Aber ganz geheim. Papa Wutz? Ah, hallo Mama Wutz. Was machst du denn da in dem Busch? Ähm, ähm, Geheimclub. Oh. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Hallo, Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plapper-Maul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut. Ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen. Und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo, Klausi. Hallo, Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh. Wer mag eine Traube? Ich bitte. Ich bitte. Mh. Mh. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht zu viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, oh, seht mich an. Ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Mickey, Mackie, Boo, Ba, Boo. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut. Dann mach du's doch mal. Dann machen wir's alle. Wir zeigen es meiner Mama. Hi, 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 hi. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie eine Maus. Hi, hi, hi. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. Hi, hi, hi. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Oh. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig, eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum. Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wobbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ich bin ein Wabbelwurm.